Musik Ein echtes Perpetuum mobile. Das wäre doch etwas. Im April 2015 konnte man im Gera Stadtmuseum einen Nachbau des berühmt-berüchtigten Bessler-Rats und dazu noch jede Menge weiteres Material zum Thema der unerschöpflichen Energie bestaunen. Darunter auch die altbekannte Winkelkatze, einen Schluckspecht und einen Stirling-Motor. All diese Attraktionen suggerieren ewige Bewegungen ohne Energiezufuhr, also ein Perpetuum mobile zu sein. Der 1681 in Zittau geborene Johann Ernst Elias Bessler, ein zu seiner Zeit in ganz Europa bekannter Erfinder, Universalgelehrter, Kurfuscher und Abenteurer, präsentierte am 6. Juni des Jahres 1712 in Gera zum ersten Mal sein revolutionäres Rad der Ewigkeit. Einmal in Bewegung gesetzt, soll sich das Rad mehrere Wochen lang gedreht haben. Bald darauf wurde das Bessler-Rad offiziell als Perpetuum mobile zertifiziert. Allerdings ohne nähere Erläuterungen zum Antrieb. Tatsächlich ist bis heute wenig über die Funktion des Bessler-Rates bekannt. Aufgrund der mangelnden Nachfrage seitens der Bevölkerung Geras zerstörte Bessler sein Rad und zog anschließend nach Traschwitz bei Leipzig. Das dort gebaute Rad war sozusagen zur Verrichtung von Arbeit tauglich, erzeugte also angeblich Energie aus dem Nichts. Daraufhin brachten Neider Flugblätter, welche Bessler als Aufschneider darstellten, in Umlauf. Aufgebracht zerstörte Bessler sein Rad abermals und verließ die Stadt. Später finanzierte der an Metaphysik interessierte Landgraf Karl von Hessen-Kassel ein weiteres Rad, welches sich länger als 54 Tage in einem versiegelten Raum drehte. In dieser Zeit musste sein Rad der Inspektion vieler berühmter Persönlichkeiten standhalten und es hielt stand. Darunter waren auch Gottfried Leibniz und Isaac Newton. Allerdings zerstörte Bessler das Rad in einem Wutanfall, nachdem ein Interessent versuchte, das Antriebssystem zu untersuchen. Das Rad erlangte so große Berühmtheit, dass die Royal Society of London und der russische Zar Peter der Große bereit waren, 100.000 Thaler, damals ein Vermögen, dafür zu bezahlen. Jedoch sollte Bessler das Geld erst nach Lieferung eines funktionstüchtigen Rates und Erklärung des Mechanismus erhalten. Diese Regelung lehnte Bessler rigoros ab und weigerte sich, das Rad zu verkaufen. Daraufhin gerieten Bessler und sein Rad in Vergessenheit. Das Rad des Johann Bessler widerspricht eindeutig mehreren Gesetzen in der Physik, unter anderem auch dem Energieerhaltungssatz. Der Arzt Julius Robert von Mayer ließ 1842 nach, dass Energie nur in verschiedene Formen umgewandelt, nicht jedoch erzeugt werden kann. Diese Entdeckung hielt man in damaligen Wissenschaftskreisen für so absurd, dass von Mayer zeitweise in eine Psychiatrie eingewiesen wurde, bis man ihm schließlich Recht gab. Damit können wir heute mit einiger Sicherheit sagen, dass Bessler ein, wenn auch ein grandioser, Aufschneider war. Nichtsdestotrotz sorgte Bessler in Gera wieder für Erstaunen, als im Jahr 2015 auf Initiative von Jürgen Müller und Peter Bussemer die Ausstellung Miraculum Gerai, das Perpetuum mobile des Johann Bessler, entstand und einen Nachbau des Bessler-Rates präsentierte, der sich erstaunliche vier Minuten am Stück drehte.